Apollinaris gilt als Gründer der christlichen Gemeinde von Raphner, war deren Bischof und starb als Märtyrer. Legenden Um den Hall Apollinaris ranken sich viele Legenden. Die einen berichten, er sei noch von Petrus selbst als Bischof eingesetzt worden und habe um 75 gelebt. Bei einem Überfall durch Nichtchristen sei er misshandelt und qualvoll getötet worden. Anderen Legenden zufolge habe er die Misshandlungen überstanden und sei nach Dalmatien gegangen, um dort zu missionieren. Sein Leben wird in dieser Überlieferung um das Jahr 200 datiert. Die Legende Aurea erwähnt eine große Zahl von Wundertarten des Heiligen. Verehrung Das Grab des H.L. Apollinaris liegt in Ravana. Im Jahr 549 wurde die nach ihm benannte Basilika Sante Polinare in Klas über seinem Grab eingeweiht. Seine Reliquien wurden in der Mitte des 9. Jahrhunderts in die Kirche Sante Polinare Nuovo in Ravenna überführt. Da die andere Basilika aufgrund ihrer Lage Plünderern allzu leicht zugänglich war. Reliquien finden sich heute unter anderem auch in der Apollinariskirche in Remagen, in Gorkum, Dion, Reims und in der Lambertuskirche zu Düsseldorf. Als Schutzpatron wird Apollinaris in Ravenna, Remagen und Düsseldorf verehrt. Die größte Kirmes am Rhein in Düsseldorf wird zu seinem Namenstag gefeiert. In der Kunst wird Apollinaris in einem weißen Gewand mit schwarzem Kreuz dargestellt. Als Insignien trägt er den Bischofsstab und eine Keule, mit der er der Legende nach erschlagen wurde. Gedenktag Der katholische Gedenktag des Heiligen ist der 20. Juli. In der orthodoxen Kirche fällt er auf den 3 und 20. Juli. Der katholische Gedenktag des Heiligen ist der 20. Juli. Der katholische Gedenktag des Heiligen ist der Heiligen Generation. Vielen Dank.